Nein, nein, nicht ganz. Geschafft! Geschafft! Sehr gut! Raus da mit uns! Preston, du kannst später Fallout 4 spielen. Jetzt geht's weiter. Oh. Hm. So. Was können wir als nächstes machen? East City Downs hätten wir. Şeyh... ... ... ... ... ... ... ... Ich speichere da jetzt einfach einmal. Oh. Oh. Ja, das können wir noch und andere machen. Äh, Aufgaben. Da müssen wir auch hier. Was ist schon wieder des Nächtens? Ah, schau. Egal. Da ist nix. Und das ist fix. Das war wohl nix mit wix und fix. Kaffee-Dose. Immer gut, Kaffee. Oh, der war leer. Warte mal, haben wir nicht irgendwo... Haben wir nicht irgendwo eine Wartegelegenheit oder irgendwas zum Schlafen gehen? Schaut nicht da noch aus. Hier läuft ein schönes, nettes Rennen. Ohne krumme Dinger. Wir haben ein paar tolle Bots dabei. Nein, redet noch Führung. Oh. Ach du Scheiße. Aufs Bein. Und gleich, Lady Lafner ist dritt im Zweikampf gegen Eindringland. Das sollte sie euch nicht entgehen lassen. So, und jetzt geht's hopp. Jetzt geht's round, mein Junge an der Hand. Nicht vergessen. Wir wollen hier neue Wartauf der List. Das will toll. Und hier kommen sie. Atomic Dreams ist immer noch am Ball. Oh, Rusty. Solide wie eh und je. Helfen wir ihm mal, oder? Nicht vergessen, Boston Blaster. Der hat er schon mal gerissen. Ein ziemlich heftiges Rennen. Jetzt wird's lustig. Schaltet ihn aus, Jungs. Verdammt. Ach, scheiße. Oh. 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 Die eiserne Jungfrau nähert sich uns. Ich habe den Gegner aus dem Blick verloren. Aber du möchtest schon Preston irgendwie halt Todesschützer. Ow! Shit! Oh! Und der gehört mir! Wo sind sie hin? Jetzt gehörst du mir! Ow! Warte! So! Ich glaub da sind wir jetzt so weit durch. Hab sie gefunden. Echt? Ja dann tu was der Gang. Das ist es nicht wert! Nice! Ach Schuss. Siehst du was? Oh Preston. Ich glaub die haben sie davor gemacht. Das nennt man anständig zählen. Scheiße was war das? Na, der ist dort drinnen. Da. Irgendwo. Ah. Sehr gut. Jetzt werden wir uns da einmal her setzen und ein paar Stunden warten bis es wieder hell ist. Mhm. Und ich weiß ja schon was wir als nächstes Level abinvestieren. Mhm. Mhm. In dieses da. So, sind wir da. Prisoner 1. P-R-I. Ähm. P-R-I. Mhm. Aliens 2. Jonathan. Nö. K-N-U. Nö. A-P-P-R-O-A-C. Das wärs. A-P-R-A-C. A-P-R-A-C. Na bitte, wo sind die Drogen? Über uns. Ich kam doch nur wegen der Drogen. Ich kam doch nur wegen der Drogen. Oh, da können wir uns herhucken, okay. Vorgeld, äh, Vorkriegsgeld. Dann. Da ist auch noch was herinnen. Interessant. Das ist ein bisschen notstandig, wenn man, wenn man mit Not nageln will, na bitte. Ich will gar nicht schnell reißen, Depperts Spül sein. Hinter dir, Preston, bist du schon so verkehlt und dämlich? Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe es. Ich hoffe es für dich, mein Freund. So, und... Haben wir da irgendwas übersehen? Aber genug. Da ist nix. Ah. Ich glaube, da können wir uns nur austoben. Ein Stümperpack. Was ist aber da? Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ja, Preston, du bist für mich auch Schrott, aber ich habe es da nur noch nicht gesagt. Ist das da jetzt was... Mh... Wulgst. Her damit. So, wie kommen wir da rauf? Wie kommen wir jetzt da rauf? Wulgst. 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 Das stimmt, vielleicht. Ja, Preston, da liegen auch ziemlich viel. Hier liegen auch ziemlich viele Leichen, falls der das noch nicht aufgefallen ist. und alles nur du wieder einfach deine unfälle krieg hast das ist immer so sache aber doch da können meine genau Der Löscher ist kaputt Offenbar arbeiten sie hier an den Robotern Vielleicht findet sich was brauchbares Mensch Junge Bist du langsam Bist du den Zusammenhang kapierst Hab ich schon alles ausgeräumt Was dir sag es Ähm Ist da Stellt sich mir jetzt nur gerade die Frage Wie der Opfer kommt Hm Die haben Asche auszogen Die kleine geile Sau Ah Der lernt immer auch Nein Nicht hier hucken Danke Jetzt da Der eifrige Ernie Jetzt huckt sie sich wieder hin Grutze fix noch Mein Mädel Du bist noch lange nicht fertig Du darfst sie gern dann hin hocken Wenn das Let's Play vorbei ist Alles ist das noch nicht Danke Danke Spiel Du magst es mir richtig leicht Dich zu hassen So Haben Aber wie du siehst Es ist ja wunderschön Mit so einer Schönen flüssigen Performance Zu zocken Jetzt hab ich beim Aufnahmegerät Schon die Bits Obertraht Oder wie das immer heißen mag Die Bildraht Was er aufnimmt Naja Ich verstehe es nicht mehr Oder es ist einfach nur Mein Speicher Meine Grafikkarten Ein bisschen Stump für das Was er nicht Naja Egal